Noch 20 Sekunden, Leute! Oh nein! Bis unten schon? Hast du schon ein paar Ruhren geholt? Ja, ich bin jetzt! Ich renne! Ich renne! Die Treppe runter! Oh mein Gott! Die Treppe! Die Treppe! Die Treppe! Hallo, mein Lieben Freunde und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge für Minecraft-Quickball, äh, ja, Quickballos mit dabei ist heute mal der Gianni60! Moin moin! Und ja, wir sind hier auf der Web Chandra und der Gianni macht schon mal hier den kleinen Bordstick Ich hab schon den kleinen Bordstick Oh, alles klar, voll gefällt! Okay Ja, ich bin zweimal gestorben Leider steht jetzt zweimal gestorben, alles klar Okay Siehst du das nicht? Ne Was auf, Gapäck! Was auf, Fass, äh, Fass, äh, Fass, äh, Dings, la, Fass, Becheck, sag Hä? Hey, wir sind zu dritt, mussten wir uns auf eine andere Meld Leul, die Meld Das war ein schpack rum Und steht, dass wir zu dritt im Team sind, obwohl, äh, wohl nur ein Tab 2 stehen Oder vielleicht hat der unser Maid Unsichtbarkeits-Hack. Das glaube ich nicht. Trolololololol. Ich hör vor, Gommel ist jetzt einfach hier. Glaube ich aber nicht. Ich war erst mal ne andere Töckchen. Oh, lololololololol. Nein, ich bin so ein Noob. Oh, ganz schön. Nein, die haben nicht schlecht. Nein, die haben nicht schlecht. Die sind alle so schlecht. Wann machst du denn noch? Weil das lustig ist, dass du sagst. Hey, bei mir stehen immer die ganzen Sachen doppelt da. Guck mal, das verwirrt mich. Man steht, wir hören zwei Mal. Unser Bett ist weg. Ja. Komm mal bei Base, komm mal bei Base. Warte. Nein. Ich bin grad bei Gabe. Und leg mich grad mit denen an. Nein. Naja, ich bin Base. Easy. Junge, der ist halt nicht down. Okay, mach. Hab ich auch nicht gesagt. Was? Geh da bei Base. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Ah, das ist mir schon klar. Okay, Leute, dann sehen wir uns bei der zweiten Runde. Bis gleich. So, Leute, da sind wir jetzt nun wieder auf der Map Eagle. Hier in Quick Bad Wars. Und dieses Mal sind wir tatsächlich zu dritt. Ja, hi. Nicht Spaß. Äh. Ja, und hier auf der Map müsst ihr euch eigentlich bekannt sein, dass man sich immer hier, ähm, hochbauen muss, weil das ist halt besser. Kannst du halt mal weggehen? Hallo? Jetzt geht der Johnny rein. Mann, ich krieg kein Brust. Voll das Anti-Mate! Ja. Boah, ich krieg die auf. Ey, die ist ja noch so dreist und schreibt, nö. Up, fuck. Soll mir sagen, wir schlieben einfach. Dann bleibt der Fall hier alleine. Ja, ich glaub, das ist das, was sie will. Keine Blöcke mehr gehabt. Ah, sie ist weg. Oh, endlich. Ganz weg? Nein, weg vom Brust. Oh. Oh. Ja, leider. Hallo. Danke. Dumm. Ah, ich bin tot. Ah, ich bin tot. Schlecht. Ah, ich bin tot. Schlecht. Sag, das ist zu sich selbst schlecht. Okay. Ich wüsste, ich raskle mich aus, ne? Warum denn das? Ich wüsste, ich raskle mich aus, ne? Ich wüsste, du hankle mich aus, ne? Oh, das blocks. Und wer sich so wegjunk. Hallo, ich hab grad irgendwie sowas von... Boah, die schlotte vollkommen, janet. Ich auch. Leute, okay wir vertragen uns und ich gehe weg. Was wird der Chat nicht schreiben, ja bitte. Okay, ich habe ein Chatbot, deswegen kann ich nicht mitchatten. Mit Soap, was hast du geschrieben? Noob, du easy. Du easy? Ja, dass der easy ist. Du Esel. F5 Challenge. Oh ja geil. Oh mein Gott. Ja geil. Ja geil. Oh ne, schade. Ich hätte... Hey Leute, wieso habe ich Schnelligkeit? Hey, bringen diese Teppiche Schnelligkeit? Ja. Und wegen dir kann ich nicht mehr nur mal spielen. Oh. Oh. Oh, sie hat den Eckritte vorher gar nicht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Hol dir das Bett. Und? Lass mir den Kill. Finn. Finn. Wieso tröte keiner uhren? Ja, weil die schlecht ist. Hey, wir schwitzen und die macht nichts. Die Campt. Hast du, du hast auch ein Bett geholt, ne? Naja, du hast ja mal ein Bett geholt, ne? Oh ja, du hast ja mal ein Bett geholt, ne? okay und das so auch nicht so sonst wäre jetzt hier ein paar Wörter geschlungen zum Job angefangen aufzunehmen ich kann so ein Bett retten noch 20 Sekunden Leute oder bis unten schon was schon ein paar Hohen geholt ja ich bin jetzt äh ich renne die Treppe runter die Treppe die Treppe los und woher er ist ja okay älter holen älter kommen wir müssen jetzt ein paar Hohen können die ganze Zeit als er ist so schlimm gewesen ich wäre rüber gefahren rüber geblüßt Lied ok Kling kommt zu uns Kling kommt zu uns ich darf nicht sterben ich habe ein Eisenschwert ich habe ich habe ein Eisenschwert keine Sorge hast du ein Gold noch? ja ich habe 3 sogar krieg den dann krieg den dann ja ja hier kriegst 3 krieg ich? gut ok äh grün kommt nichtmals ich glaube auch grün kommt boah dieses scheiß Schnelligkeit das regt langsam auf soll ich aber einfach mal ein Stack eisen hier klickst du was für Dreck eisen ist voll geil ne alles war ich schon bis zu Sekunden boah ich camp jetzt ist mir scheißegal bis der kommt bis der kommt ich habe Angst weil ich das Bestick hab fast ich brauche das Bestick wird wenn ich sterbe ich spielte 3 Sekunden wieder 3 Sekunden Junge zurück schnell schnell nein da ist schon jemand nein da ist unser Mädchen da die war ganz zähn in der Mitte also wenn die jetzt keine Ruhe umbringt dann sind wir tot oh das schafft die nicht die 10 Sekunden man ja wir haben verkackt Nein! Egal! No, gelb! Also die versucht es, schafft es nicht, weil sie schlecht ist. Schlecht ist! Sie ist schon. Ey, der Letzte, der... Vorher noch neues Bett. Ey, Junge ist... Ich hab gerade 14 Öl-Gold schon. Oh, die will mispliefen, glaub ich. Die will mispliefen, wenn er was nicht schafft. Weil ich zu schnell bin. ich traue mich jetzt nicht Johnny komm bitte zu Gabe, bitte geht nicht doch geht nee ich bin zu schlecht das sind deine Worte, ich bin zu schlecht das sind nicht meine Worte jetzt kommen die alle, ich werde sterben, ich werde sowas von in den Tod gerissen ah, stirb doch wir haben jetzt auch gleich gemacht, aber ich habe die ganzen Uhren Leute, nein, nein schade, ja wenn du ruhig lebst ah Leute, ja, aber trotzdem war es eine ziemlich spannende Runde Quick Bad Wars und deswegen würde ich mich für heute verabschieden wenn euch diese heutige Folge Minecraft Quick Bad Wars gefallen hat dann würde ich mich für eine positive Bewertung freuen schaut auf jeden Fall bei dem Johnny 60 vorbei unten in der Videobeschreibung haut rein und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.